herzlichen willkommen zu einer weiteren folge auf dem offenen marsch wir werden jetzt auf eine nächste mission fahren das werden wir mal abschließen dann werden wir auf feld 4 fahren sollte reichen mein gucken am besten geradeaus durchs dörfchen das kleine städtchen alles käufer von meinen wahren auf 27 ist unkrautzeug gerade das heißt wir müssen da reagieren das heißt wir müssen sobald 3 fertig ist unkrautbekräftung vornehmen der dreier ist ja dabei auch feld 3 3 also schon der pflege bereifung und den werden wir entsprechend unsere unkrautbekräftung vornehmen müssen und das sind mal feld 4 gedüngt die kurs haben wir döschen wir werden ja neun vier fahren Wenn wir gleich speichern. Düngen, düngen. Abfahr einstellen. Nehmen wir eine Sabotage. Na komm, lass ich mal. Ja, durch. Jetzt allernächstes, wenn wir reintreffen hier. Reinspringen. Keine Chance. 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 Wann ist der fertig? Brauch dich. auffällt 3 35 prozent dann müssen wir dabei bleiben sonst die probleme auf den 10 prozent das sieht man ganz gut aus die durch die prozent da es ist so wir stehen bis wir gehen Das war's. Jo, das dauert noch lange, oh, das dauert ziemlich lange noch. Schauen wir mal, was der andere gemacht habt hier. Hat er dich geschoben, ich glaub's nicht. Beide muss ich runterfahren. Das mach ich jetzt nicht. Mal schauen, dass wir hier den Platz reinkriegen. Das war nämlich die Presse, da keiner barmen kann. Aber wie gesagt, ich muss immer sehr dank, wenn ich jetzt hier unkraut Bekämpfung vornehme. Das ist mir viel wichtiger als andere. Bevor wir da jetzt was tun, kurz wieder den Grad aktivieren. Patch 1.4 soll wahrscheinlich die Munkel nach dem Hirntag kommen. Nach dem langen Wochenende, dass sie aktuell eine Testphase sind. Für das Spiel an sich, nicht für die Karte. Aber für Mais könnte man ja mal kaufen, das Feld, ne? Gut für Mais. Ich hab's irgendwie hinbekommen, dass ich mein Bildnis stabil halte. Bisschen dunkel, da könnte ich ein bisschen Licht reinlassen. Nicht wundern. So, die Sonne ist weg. Mit Sonne könntest du hier nicht aushalten. So, wir werfen uns durch. Fast alle. Das geht an. Ja. Ja. Wie geht's? Es geht um das, was ich an? Ich habe es an. Ja. 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 Jag habe es an. Ja. 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 Er hat nicht so eilig. Ups. Feuerung. Ich kann nicht mehr viel fehlen. 2 Prozent. Feld 4 wird ein bisschen dauern, ein bisschen größer. So, jetzt geht er schnell zurück zum Hof. Ich habe unsere Gif-Spritze holen. Ich habe die Stahl nicht ausgesät. Ah. Schlecht. Schlampig gearbeitet. Jetzt haben wir noch so viel Arbeit, die nicht bis wir zuerst machen sollen. Das ist typisch, ne? Ups. Oh, nicht voll. Oh, nicht schlecht. gut mit der andere hier das läuft auch aber man gleich da brauchen wir eine weile lkw ups lassen einstellen ich brauche nämlich einen lkw vom nächsten acker unseren moon das ist mein nächstes ziel das ist mein nächstes ziel das brauchen wir viel heu und silage dazu das haben wir noch nicht silage da fehlt noch gewaltig jetzt holen wir uns gleich den mähdrescher dazu werden wir ihn gleich mal ausklappen so das gras wächst auch schon wieder so lange die zahlen runterputzeln mein konto wird das gift tanken voll gemacht die zeit vergeht wie es auch das ist auch nicht warum kommt wieder zu nix oh gut 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 stehen lassen gleich um gift kümmern bevor das weiter wächst so schnell zu unseren neuen feld was früher mal eine wiese war aber ich habe mich entschieden für wir machen da keine wiese wir machen da wir machen da den acker recht zwar ein bei heu machen aber muss man wachsen das soll es für die heutige Folge gewinnen sein ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen über ein like auch ganz gern über ein Abo ansonsten auch ein einschalten wäre schön dann seid mal tschüss und winke winke bis dann tschau tschau dann ja Vielen Dank.